Heute gegen Augsburg. Nächste Woche geht es dann Richtung Mainz. Da gehe ich auch mit. Wird geil. Heute müssen wir dem Europa irgendwie näher kommen. Wir sehen uns dann gleich im Stadion stehen. Heute ist auch so Familientag unterwegs. Wir gucken mal rein, wie das wird. Aber erst mal rein geht's und dann gucken wir mal. Viel Spaß euch bei diesem Vlog. Sieht geil aus. Deine lieben Zwicker-Folte, der ehemalige Fältum der TSG Hohenheim. Und den können wir uns hier natürlich nur anschließen. Max, wir kommen zu den Fernsehens. Allererste Mal möchte ich dir wissen, was ist denn dein Typ? Wie geht das Spiel? Sie ist eine Stunde. Sie ist in das Geld zurück. Wenn sie jemanden traut. Aber meistens werden sie geklappt. Wenn sie jemanden traut. Aber meistens werden sie geklappt. Und natürlich im Tor mit der Nummer 1, Olli! Olli! Die 3, Pavel! Olli! Mit der Nummer 5, Ozan! Olli! Die 6 gehört zu Grisha! Olli! Mit der Nummer 10, Vaut! Olli! Die 11, Florian! Olli! Mit der Nummer 14, Maxi! Olli! Die 16, Anton! Olli! Auch heute wieder in der Fahre mit der Nummer 19, David! Olli! Die Nummer 27, Xande! Olli! Und mit der Nummer 35, Tim! Olli! Olli! Auf geht's! 90 Minuten Vollgas! Heilen Sie! Im Baden, im Baden, dürf'n nicht nur dritten Ballen. Es gibt auch einen Ort, und der heißt Rumpfen ein. Ein Fußbräuter, das keiner hält, das ist nun vorbei. Der fängt der ganze Zeit komplett, sind wir mit dabei! Olli! 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 Super-TSG! Wir werden wieder siegen, ob Regen oder Schnee! Denn unsere Mannschaft ist das Team der TSG! Olli! Olli! Super-TSG! Wir werden wieder siegen, ob Regen oder Schnee! Denn unsere Mannschaft ist das Team der TSG! Wir werden wieder siegen für uns! Und mit der Fuß ein Bier! Das Stadion ist von unserer Fuß- und Freilungquartier! Jede Worte, Werte und Kai, wir singen dieses Lied Hey, ja, Sympathie, es geht, wie schön, dass es dich gibt Oh, hey, hey, Sympathie, es geht Wir werden wieder sehen, und wir werden stehen Denn unsere Mannschaft ist, dass die Werte, es geht Oh, hey, oh, hey, Super TXV, wir werden wieder sehen, am Räge oder Schnee Oh, hey, oh, hey, Super TXV, wir werden wieder sehen Heißt die Umstellung nochmal? Ja, wir schauen mal Oh, hey, 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 oh, hey Applaus 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 Los hin! Los hin! Spiel noch ab! Vorweg nehmen wir einen Bereich des ersten großen Ausverkaufs. Wir bedanken uns heute bei 28.881 Zuschauern. Tor! Tor! Für unsere! Für unsere! Für unsere! Und nur für unsere! Für unsere! Zusatzschütze! Nicht der Nummer neun! Iris! Aber was eine Vorarbeit von unserer Nummer drei! Von Pavel! Aktueller Spielstand! Pavel! Ausflug! profoundly! Takke! Bitte! Ich bin sehr, ganz dritt auf あーinn. Schüch! Schüch! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja.